Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung in der Reihe Kulturelle Seelsorge in Corona-Zeiten. Ich heiße Sie willkommen für das Kreiskulturforum und Partner in der christlichen Erwachsenenbildung Sigmaringen. Nach einem Vortrag, zwei Podiumsgesprächen, wollen wir heute unsere Reihe fortsetzen mit einem weiteren Vortrag. Anliegen unserer Reihe ist, Kultur als geistiges Lebensmittel sichtbar zu machen hier in den Zeiten der Corona-Pandemie und der Krise, die für viele Menschen im Moment schwer zu ertragen ist. Und wir wollen einfach aufzeigen, dass Kultur beitragen kann zur Orientierung und auch zur geistigen Festigung, auch zu Zuversicht und Hoffnung in diesen nicht ganz leichten Zeiten. Heute soll es gehen um ein Thema der regionalen Geschichte, der regionalen Zeitgeschichte, Frauenaufbruch in der Kommunalpolitik von der Weimarer Republik bis heute an Beispielen aus dem Landkreis Sigmaringen. Als Referentin darf ich willkommen heißen die Historikerin Doris Astrid Muth, Mitarbeiterin im Stabsbereich Kultur und Archiv des Landratsamtes Sigmaringen. Frau Muth wurde in Temischora in Rumänien 1961 geboren und ist dann nach der Umsiedlung ihrer Familie nach Deutschland gekommen und hat in Tübingen neuere Geschichte und empirische Kulturwissenschaften studiert. Sie war anschließend über viele Jahre im Museumsbereich tätig, beschäftigt und war auch landesgeschichtlich forschend und vermittelnd tätig. Sie hat einen Schwerpunkt, auch ihre Magisterarbeit war das, glaube ich, zur Zeit der Säkularisation im Kloster Habstal untersucht. Sie hat die Konzeption entwickelt und den Aufbau geleitet der Stauffenberg-Gedenkstätte in Albstadt-Lautlingen. Derzeit ist sie seit 2010, wie erwähnt, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kultur- und Archivamt des Landkreises Sigmaringen und zugleich Museumsbeauftragte des Museumskonzentrationslagers Biesingen im Zollernalbkreis. Sie ist im Rahmen unseres Kulturschwerpunkts Freiheit und Demokratie zu 100 Jahre Erste Deutsche Verfassung, Erste Deutsche Demokratische Demokratische Republik 2018, der Frage nachgegangen, wie Frauen in der Kommunalpolitik in den Städten und Gemeinden des Landkreises Sigmaringen im heutigen Zuschnitt tätig geworden sind. Seit dem Ersten Weltkrieg, seit der Weimarer Reichsverfassung, besaßen Frauen ja auch sowohl das passive wie das aktive Wahlrecht und wir können in Gemeinderäten dann seit 1919 auch Frauen nachweisen, wobei es allerdings, das wird sie uns jetzt gleich vorstellen, noch ein langer, langer Weg war, bis irgendwann so seit den 80er, 90er Jahren einfach die Frauenbeteiligung in den Kommunalparlamenten zur Normalität und zur Regel geworden ist und Frauen auch zunehmend den Einfluss, den politischen Einfluss entwickelt haben, der einfach auch ihrem Gewicht in der Bevölkerung angemessen ist. Ich übergebe jetzt das Mikrofon an Frau Muth, wir sind gespannt auf ihren Vortrag. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu meinem Vortrag über den Frauenaufbruch in der Kommunalpolitik. Am 12. November 1918 verkündete der Rat der Volksbeauftragten das aktive und passive Wahlrecht für Frauen und Männer im Alter von mindestens 20 Jahren. Reichsweit ausüben konnten Frauen ihre neu gewonnenen Rechte zu wählen und gewählt zu werden, erstmals am 19. Januar 1919 bei der Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung. 87,7 Prozent der wahlberechtigten Frauen gaben ihre Stimme ab. Von den 423 Abgeordneten der Weimarer Nationalversammlung waren 37 Frauen, was einem prozentualen Anteil von 8,7 Prozent entsprach. Zwischen 1920 und 1932 gab es im Reichstag 111 weibliche Abgeordnete, die eine Reihe von sogenannten Frauengesetzen durchsetzen konnten, wie das Jugendwohlfahrtsgesetz, die Zulassung von Frauen als Rechtsanwältinnen und Richterinnen, Mindestlöhne und Sozialversicherung für Heimarbeiterinnen und die Erweiterung des Mutterschutzes. Dennoch fällt die Bilanz der politischen Frauenarbeit in der Weimarer Republik eher unbefriedigend aus. Zum einen führte die Konzentration der Parlamentarierinnen auf Frauenthemen dazu, dass die Debatten in den Ausschüssen und Plenarsitzungen abfällig als Weiberkram bezeichnet wurden. Zudem war es für Frauen schwierig, bei Reichstags-, Landtags- und Gemeindewahlen einen sicheren Listenplatz zu ergattern, wovon aber ein Mandat unter dem reinen Verhältnis Wahlrecht abhing. Die anfängliche Euphorie verflog bald und 1933 war der Frauenanteil im Reichstag von knapp neun auf vier Prozent gesunken. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten bedeutete dann ohnehin einen massiven Rückschritt für die staatsbürgerlichen Rechte der Frauen. Um Frauen von politischen Ämtern auszuschließen, wurde unter anderem das passive Wahlrecht für Frauen abgeschafft. Bis zur Einführung des Grundgesetzes im Mai 1949 blieb Frauen damit ein wichtiger Teil ihrer politischen Rechte verwehrt. Wie sah der Aufbruch der Frauen aus, die aber weit ab von Berlin oder Weimar in der schwäbischen Provinz lebten? Gab es sie hier, die Pionierinnen, die den Sprung in die Politik wagten? Nach eingehender Recherche muss leider festgestellt werden, dass von einem Frauenaufbruch in die Kommunalpolitik im Gebiet des heutigen Landkreises Sigmaringen im Jahr 1919 und in der Zeit der Weimarer Republik keine Rede sein kann. Trotz intensiver Spurensuche konnten gerade einmal drei Pionierinnen ermittelt werden, die nicht nur Einzelfälle sind, sondern deren Präsenz in der Kommunalpolitik zudem auch nur von kurzer Dauer gewesen ist. Zu ihnen gehört Fanny Fritz, die von 1919 bis 1924 als erste Frau dem Saulgauer Stadtparlament angehörte. In Sigmaringen ließen sich zwei weibliche Abgeordnete aufspüren, Marie Fischer und Fanny Huber. Erschwert wurde die Spurensuche nach den Pionierinnen dadurch, dass diese Frauen gewissermaßen unsichtbar sind. Die amtliche Überlieferung über sie ist äußerst spärlich und sie haben auch keine Selbstzeugnisse hinterlassen, die die wirklich spannenden Fragen, etwa nach ihrer politischen Einstellung, ihrer Motivation für den Einstieg in die Politik oder ihre Erfahrungen als Abgeordnete beantworten könnten. Die prominenteste und heute noch bekannteste dieser frühen Kommunalpolitikerinnen ist Fanny Fritz, die 1919 ins Saulgauer Stadtparlament einzieht. Bei der Wahl vom 18. Mai 1919 hatte sie 1264 Stimmen auf sich vereinen und somit einen der zehn von der Zentrumspartei errungenen Sitze für sich verbuchen können. Fanny Bierlinger wurde 1874 in Saulgau geboren. Ihr Vater, Balthasar Bierlinger, war Oberlehrer am katholischen Lehrerseminar, das übrigens auch von Matthias Erzberger frequentiert wurde, der dort 1894 die Volksschullehrerprüfung ablegte. In ihrem Elternhaus dürfte Fanny somit in einer bildungsaffinen Atmosphäre aufgewachsen sein. Als Gemeinderätin gehörte sie später dem katholischen Ortsschulrat an. 1896 schließt sie die Ehe mit Albert Fritz und heiratet somit in eine alteingesessene, gut situierte Saulgauer Familie ein. Aus der Ehe gehen neun Kinder hervor. Albert Fritz stirbt 1916, da ist Fanny 42 Jahre alt und verantwortlich für ihre Familie und die Brauerei, die sie bis zu deren Verkauf 1922 weiterführt. Was sie drei Jahre nach dem Tod ihres Mannes dazu bewegt, in die Kommunalpolitik zu gehen, ist nicht überliefert. Auch ein Gespräch mit dem Enkel bringt keine näheren Erkenntnisse. Über das politische Engagement der Großmutter habe man in der Familie nicht gesprochen. Berichtet Norbert Schuler, ein Enkel von Fanny Fritz, der, sich angeregt durch die Anfrage der Autorin dieses Beitrags, eingehend mit dem Leben seiner Großmutter beschäftigt hat. Trotz intensiver Suche seien auch keine Briefe, Tagebücher oder sonstige Dokumente auffindbar, die Aufschluss über die Motive und Erfahrungen ihrer politischen Tätigkeit geben könnten. Couragiert und unerschrocken soll sie gewesen sein, ist alles, was über Persönlichkeit und Charakter von Fanny Fritz in Erfahrung zu bringen ist. So jedenfalls das Bild, das bis heute in der Familie über sie tradiert wird. Fanny Fritz wäre möglicherweise noch ein weiterer Weg als Kommunalpolitikerin beschieden gewesen. Ihre Sache als Gemeinderätin scheint sie jedenfalls gut gemacht und ihre Wählerinnen und Wähler überzeugt zu haben, denn bei der Wahl 1922 wird sie auf sechs Jahre wiedergewählt. Doch während ihrer zweiten Legislaturperiode verstirbt Fanny Fritz nach schwerer Krankheit bereits am 6. September 1924. Zwei Tage später erscheint im Oberländer ein winziger Artikel. Zitat Am Samstag früh durchlief die allgemein anteilnahmeerregende Trauerkunde unsere Stadt, dass Frau Bräumeister Fritz gestorben sei. Seit Monaten zehrte ein schweres Leiden am Leben der so kräftigen, erst 50 Jahre alten Frau. Das Vertrauen ihrer Mitbürger berief die verständige Frau, die für ihre Mitmenschen alle Zeit ein wohlwollendes Herz hatte, vor fünf Jahren in den Gemeinderat, wo man ihren Rat, der stets hoch geschätzt war, sehr vermissen wird. Zitat Ende Mit dem Tod von Fanny Fritz ist es in Saurgau mit der Teilhabe von Frauen am kommunalpolitischen Geschehen erst einmal für viele Jahrzehnte vorbei. Erst 1969 betritt mit Lieselotte Lohmiller erstmals wieder eine Frau die kommunalpolitische Bühne der Stadt. Am 17. April 1969 rückt sie als Ersatz für den verstorbenen Stadtrat Gerhard Stolz in Saugauer Stadtparlament nach. Noch weniger als über Fanny Fritz wissen wir über die beiden Sigmaringer Pionierinnen Marie Fischer und Fanny Huber, die bei der Stadtverordnetenwahl am 2. März 1919 als erste Frauen in das Sigmaringer Stadtparlament gewählt werden. Marie Fischer ist ledig und Damenschneiderin, Fanny Huber firmiert als Rentamtsbuchhalters Ehefrau. Bei der Konstituierung der Kommissionen am 22. Mai 1919 werden Fischer und Huber, die beide der Zentrumspartei angehören, in die Armendeputation und in den Weisenrat gewählt. Doch während Fanny Fritz in Saugau nach Ablauf der ersten Legislaturperiode wiedergewählt wird, handelt es sich bei den Sigmaringer Rätinnen um Eintagsfliegen. Bei der Wahl am 5. Mai 1924 kandidieren die beiden nicht mehr. Doch mit der Privatière Auguste Waldraff stellt sich noch einmal eine Frau zur Wahl, diesmal auf der Liste der Demokraten. Auf Platz 10 von 12 gesetzt sind ihre Erfolgschancen aber schon allein aufgrund des Listenplatzes gering. Nur die beiden erstplatzierten Kandidaten, der Tierarzt Otto Kainath und der Schreinermeister August Ströbele, schaffen es in Sigmaringer Rathaus. Damit ist es dann auch in der Sigmaringer Kommunalpolitik mit dem Frauenaufbruch erst einmal vorbei. Bei den Gemeindewahlen 1929 und am 12. März 1933 der letzten sogenannten demokratischen Wahl tauchen keine Frauen mehr als Kandidatinnen auf. Anders als in Saugau, wo erst Ende der 1960er Jahre mit Lieselotte Lohmiller wieder eine Frau ins Stadtparlament einzieht, mischt in Sigmaringen bereits unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine Frau kommunalpolitisch mit und dies fast drei Jahrzehnte lang. Allerdings ist auch Luise Leininger eine Ausnahmeerscheinung und kann trotz ihrer jahrzehntelangen Präsenz im Sigmaringer Stadtrat nicht als Indiz für einen kommunalpolitischen Frauenaufbruch nach 1945 gelten. Ihr politisches Handeln leitet sich noch von den Maximen der bürgerlichen Frauenbewegung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ab. Es ist von sozialem und karitativen Engagement bestimmt, das in ihrer zutiefst christlichen Überzeugung begründet ist. Handlungsleitend ist für sie nicht der Kampf um Frauenrechte und Gleichberechtigung, sondern das Abfedern von sozialen Härten, die unmittelbare Hilfe in konkreten Notsituationen der Dienst am nächsten. Von 1938 bis 1947 ist Luise Leininger Vorsitzende des katholischen Müttervereins. 1946 von der CDU auf einen sicheren Listenplatz gesetzt, wird sie erstmals in den Sigmaringer Stadtrat gewählt. Bei den Kommunalwahlen der 1950er Jahre kann sich Luise Leininger des Zuspruchs der Sigmaringer Wählerschaft sicher sein. Bei der Wahl am 18. November 1951 belegt sie, obwohl auf Platz 4 von sieben CDU-Kandidaten mit 1.190 Stimmen den dritten Platz hinter dem Rechtsanwalt Georg Schäfer und dem Schreinermeister Georg Gaugel. Bei der Wahl am 11.11.1956 erzielt sie die Höchstzahl der Stimmen, nämlich 2443, und belegt somit den ersten Platz. 1956 wird Luise Leininger für ihr soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, 1974 zur Ehrenbürgerin der Stadt Sigmaringen ernannt. Seit 1999 trägt eine Förderschule ihren Namen. dennoch fällt, wie erst jüngst bekannt wurde, ein Schatten auf das Bild der verdienstvollen Ehrenbürgerin. Als 1957 ein Missbrauchsskandal um den Stadtpfarrer Sebastian Mayer Sigmaringen erschüttert, ergreift Luise Leininger entschieden Partei für den Geistlichen. In einer von ihr einberufenen Katholikenversammlung initiiert sie eine Unterschriftenliste und hält eine flammende Rede, in der sie den des Kindesmissbrauchs beschuldigten und später dafür auch verurteilten Mayer von jeglicher Schuld reinwäscht und seine Integrität beteuert. Gegen die Eltern, die den Missbrauch der Kinder publik gemacht hatten, bezieht sie scharf Position, indem sie sie der Unglaubwürdigkeit und Geschwätzigkeit bezichtigt. Für die strenggläubige Katholikin war es undenkbar, dass der Pfarrer schuldig sein könnte. In der Weimarer Republik und auch nach 1949 war der Frauenanteil im Reichs- bzw. Bundestag stets unter der 10-Prozent-Marke geblieben, die erstmals in den 1980er-Jahren übersprungen wird. Bei der Bundestagswahl 1987 gingen 80 der 514 Mandate an Frauen, was einem Anteil von 15,4 Prozent entspricht. Damit stieg der Frauenanteil im Bundestag erstmals seit Gründung der Bundesrepublik auf über 10 Prozent. Während in den Fraktionen von CDU, SPD und FDP der Frauenanteil weit unter 20 Prozent blieb, hatten die Frauen in der Grünen-Fraktion damals die Mehrheit, nämlich 56,8 Prozent. Der Frauenaufbruch der 1980er-Jahre lässt sich aber nicht nur an der quantitativen Zunahme der Mandatsträgerinnen ablesen. Vor allem wird der Aufbruch von einem neuen Frauentyp getragen, der bereits von der Frauenbewegung der 1970er-Jahre geprägt ist. Mit der Gründung autonomer Frauengruppen, Netzwerken und Initiativen machten Frauen in den 1970er-Jahren öffentlichkeitswirksam auf Benachteiligungen aufmerksam. Beteiligt waren Frauen völlig unterschiedlicher politischer Richtungen, die sich in ihren Hauptforderungen wie das Recht auf Selbstbestimmung oder die Abschaffung des Paragrafen 218 weitgehend einig waren. Zu den Errungenschaften aus dieser Zeit gehören das neue Eherecht, durch das die Hausfraunehe abgeschafft wurde, die Reformierung des Scheidungsrechts, wodurch das Schuldprinzip entfiel, sowie die Verabschiedung des Gesetzes zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz. Die ersten Frauenhäuser entstehen, Frauenverlage werden gegründet, die feministische Literatur und Frauenkalender veröffentlichen, Zeitschriften werden gegründet, wie die Emma, die 1977 von Alice Schwarzer gegründet wird und bis heute besteht. Bundesweit entstanden Frauenzentren, Frauencafés, Frauenkneiben und vieles mehr. In den 1980er Jahren führte die zunehmende Ausdifferenzierung und Institutionalisierung der Frauenbewegung zur Einrichtung von Frauenforschungszentren und Gleichstellungsstellen. Eine Pionierin und Zeitzeugin des Frauenaufbruchs der 1980er Jahre, der auch im Kreis Sigmaringen seinen Widerhall fand, ist Elisabeth Volk, die am 28. Oktober 1979 in den Kreistag gewählt wird und über vier Legislaturperioden hinweg bis 1999 als Kreisrätin aktiv war. In der Zeit, als Elisabeth Volk in die Kommunalpolitik geht, liegt die Vereinbarkeit von Familie und Frauenerwerbstätigkeit noch in weiter Ferne. Zitat Sobald Kinder da waren, wurde für Frauen alles schwerer, präsümiert Elisabeth Volk rückblickend in einem Interview mit der Autorin dieses Beitrags vom Oktober 2018. Berufstätigkeit und Familie miteinander zu verbinden, sei schon unendlich schwer gewesen. Sich dann aber auch noch politisch zu engagieren, das ging gar nicht. Sobald ihre Kinder zur Schule gehen, nimmt Elisabeth Volk die Gelegenheit wahr, sich ehrenamtlich in der Elternarbeit zu engagieren. Das ist für den Werdegang von Kommunalpolitikerinnen durchaus exemplarisch. Wie Claudia Bauer zu berichten weiß, die von 1994 bis 2014 Gemeinderätin in Mengen und von 1995 und von 1995 bis 2016 Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Sigmaringen war. Zitat Die Frauen, die sich in der Kommunalpolitik engagiert haben, kamen überwiegend aus der Elternarbeit. Sie wurden im Kindergarten oder in der Schule als Elternvertreterin gewählt und gerieten so in den Blickfeld der Parteien. Die hat man dann auch gefragt, ob sie kandidieren möchten. Zitat Ende So waren es dann auch weniger berufstätige Frauen, die in die Kommunalpolitik gingen, sondern vor allem Frauen, die aus dem Ehrenamt kamen und dann die Themen aus ihrem ehrenamtlichen Engagement in die Kommunalpolitik hineingetragen und besetzt haben. Das führte dazu, dass Frauen lange stark auf soziale Themen fokussiert blieben. Ihrem Bekanntheitsgrad in Leitz verdankt Elisabeth Volk es, dass sie vom CDU-Ortsverband für die Kreistagswahl als Kandidatin vorgeschlagen wird. Der Ortsvereinsvorsitzende sei der Meinung gewesen, dass, Zitat, es mal gut wäre, eine Frau aufzustellen. Obwohl auf der vom Stadtverband Sigmaringen aufgestellten Liste an letzter Stelle platziert, wird Elisabeth Volk auf Anhieb in den Kreistag gewählt. Nach Alfred Niklas und Anton Kirsch findet sie sich an dritter Stelle wieder. Zitat Die haben mich auf den letzten Platz gesetzt, aber das Wählervotum war anders. Die dachten wohl, eine kleine Hausfrau will da mitmischen und dann bringe ich denen den dritten Platz. Das war die Sensation. Freut sie sich heute noch, wenn sie von ihrem Wahlerfolg erzählt. Auf die Frage, wie es ihr nach ihrem Einzug in den Kreistag denn ergangen sei, meint Elisabeth Volk, Zitat, Ich habe schon einen Kampf gehabt mit den Männern. Der Umgang mit den männlichen Kreistagskollegen sei in vielerlei Hinsicht nicht einfach gewesen. Der Bürgermeister von Gammertingen pflegte, wenn sie zur Kreistagssitzung kam, herablassend zu fragen, ob ihr Mann heute auch etwas zum Essen bekäme und ob der Wäschekorb leer sei. Dennoch sei sie im Umgang mit den männlichen Kollegen im Kreistag nicht auf Gegnerschaft bedacht gewesen. Es sei nicht sinnvoll, Politik als Kampfarena zu betrachten. Zitat Ich versuche mit Argumenten zu überzeugen und halte nichts vom harten Kurs, sagte sie einmal in einem Zeitungsinterview. Als Kreisrätin sieht Elisabeth Volk den Schwerpunkt ihrer Arbeit in der Familien- und Sozialpolitik, werden Frauen doch im täglichen Leben ständig damit konfrontiert. Soziale Themen, ist Elisabeth Volk überzeugt, liegen den Frauen näher, allein schon wegen der Kinder. Im Kreistag gehörte sie dem Sozial- und Krankenhausausschuss sowie dem Jugendhilfeausschuss an. Die Schülermensa in der Geschwister-Scholl-Schule ist nur eine der vielen Einrichtungen, die auf die Initiative der engagierten Kreisrätin zurückgehen. Elisabeth Volk macht sich in vielen sozialen Bereichen stark in der Suchtberatung, in der Blinden-, Alten- und Behindertenhilfe und vertritt den Kreis im Fachausschuss Sozialhilfe beim Landeswohlfahrtsverband. Beim Projekt Ateliers im Alten Schlachthof setzt sie sich für arbeitslose Jugendliche ein. Auch beim Aufbau des Frauenbegegnungszentrums Sigmaringen wirkt sie mit. Sie informiert sich stets vor Ort, sucht und pflegt den direkten Kontakt zu den Menschen, baut Netzwerke auf. Zitat, Frauen machen eine andere Politik. Sie gehen tiefer rein, ist Elisabeth Volk überzeugt. Und sie sorgen für ein breiteres und ausgewogeneres Themenspektrum in den Kommunalparlamenten, stellt auch Susanne Fuchs, langjährige Sigmaringer Stadträtin, fest. Zitat, Frauen bringen den Alltag in die Kommunalpolitik. Sie positionieren Themen, auf die Männer von sich aus gar nicht kämen. Ob es sich nun um die Einführung von Niederflurbussen, die Einrichtung von städtischen Toiletten, eine Abschattung für den Kinderspielplatz, die Einführung von Vollwertkost in den Mensen oder die einkommensabhängige Kita-Gebühr sind. Themen, deren Relevanz sich den Frauen oft durch die Erziehungsarbeit erschließt. Für die Männer sei es aber auch ein schwieriger Lernprozess gewesen, mit den Kreistagskolleginnen umzugehen, zumal sie ein ganz anderes Frauenbild verinnerlicht hatten. Aus ihren Berufen seien sie es gewöhnt gewesen, so Elisabeth Volk, dass ihre Mitarbeiterinnen kuschen. Diese Einschätzung teilt auch Claudia Bauer aus ihrer Erfahrung aus dem Mengener Gemeinderat. Zitat, In so einem Gemeinderat bildet sich ab, was in der Gesellschaft los ist. Frauen, die intelligent sind und sich trauen, etwas zu sagen, mit denen kam einer, der ein anderes Frauenbild hatte, nicht klar. Ihr Frauenbild nahmen die Männer ja mit ins Gremium. Zitat Ende Damals vertraten Männer noch Meinungen, die sich heute keiner mehr trauen würde, offen auszusprechen. So wurden beispielsweise Frauen, die arbeiten gingen und ihre Kinder frühzeitig in eine Kita gaben, als schlechte Mütter abgestempelt. Frauen gehören nach Hause, war die einhellige Meinung, die damals ohne Hemmungen ausgesprochen wurde. Diese Einstellung konnte entscheidend sein, wenn es etwa um den Ausbau von Kindergartenplätzen und die Öffnungszeiten von Kitas ging. Mit dem in den 1990er Jahren herrschenden Frauenbild tat sich auch die heutige Landrätin des Landkreises Sigmaringen, Stefanie Bürkle, in ihrer eigenen Partei schwer. Nach Auffassung der CDU sah die Aufgabenverteilung so aus, dass der Mann für das Gesellschaftliche und den Broterwerb zuständig ist, die Frau für das Funktionieren der Familie. Dass Frauen arbeiten wollten, war bei diesem traditionellen Rollenverständnis überhaupt nicht vorgesehen. Stefanie Bürkle erinnert sich an eine Rede Erwin Teufels, bei der sie, wie sie selbst sagt, kochend im Saal saß. Die Politik müsse alles tun, hatte Teufel postuliert, damit Frauen nicht arbeiten gehen müssen. Stefanie Bürkle und ihre Mitstreiterinnen sahen Berufstätigkeit und Familie jedoch nicht als Gegensätze an, die sich ausschließen. Nach ihrer Überzeugung sollten Frauen in ihrer Entscheidung, wie sie leben möchten, frei sein. Und jede Entscheidung sollte akzeptiert werden. Zitat Ich bin auch nicht dafür, dass jemand etwas gegen sein Naturell und gegen seinen Willen tut. Aber es gibt verschiedene Facetten. Ich für mich hatte immer das Bild, dass ich auf der einen Seite Familie haben wollte, aber auch etwas, was mich als Mensch sonst noch ausmacht. Meine sonstigen Fähigkeiten wollte ich auch in der Berufstätigkeit wieder gespiegelt wissen. Zitat Ende Von einem solchen Frauenbild war die CDU vor der Jahrtausendwende noch weit entfernt. Aber die jungen Frauen in der Jungen Union machten sich gemeinsam auf den Weg, bauten Netzwerke auf, trugen ihre Themen in die Parteigremien. Zitat Wenn es uns gelingt, innerhalb der CDU etwas zu verändern, dann verändern wir auch Gesellschaft. Wir haben bewusst den Weg in dieser Partei, die sich an dieser Stelle schwer tat, mit uns gewählt, berichtet die Landrätin rückblickend über den Frauenaufbruch in ihrer Partei. Gehört Elisabeth Volk zu den Pionierinnen des Frauenaufbruchs der 1980er Jahre, haben wir es heute mit einer neuen Generation von Kommunalpolitikerinnen zu tun, die auf dem von ihren Vorgängerinnen Erkämpften und Erreichten aufbauen und zukunftsweisende Wege gehen können, wofür auch der Kreistag Sigmaringen exemplarisch ist. So waren in der Legislaturperiode 2014-2019 von den 42 Mitgliedern des Kreisparlaments 5 Frauen, was einem Anteil von 12% entspricht. Betrachtet man die Rolle dieser 5 Frauen im Kreisparlament, wäre es jedoch völlig verfehlt, diese an der Zahl 5 bzw. ihrem tatsächlich niedrigen Anteil von 12% festzumachen. Aus diesen Zahlen lässt sich nicht ableiten, welches Gewicht die Frauen im Gremium haben und welchen Einfluss sie auf die Kreispolitik ausüben. In einem Interview mit der Autorin vom 15. November 2018 analysierte die Landrätin die Rolle der 5 Kreisrätinnen so, Zitat Die Zahl 37 zu 5 drückt in meinen Augen nicht wirklich die Erfolgsquote dessen aus, was erreicht werden kann. Jede der 5 Frauen ist äußerst aktiv, selbstbewusst, positioniert ihre Themen taktisch klug, leistet in den jeweiligen Fraktionen Überzeugungsarbeit. Zitat Ende Worauf es ankomme, sei, ob diejenige selbst eine Vorstellung davon hat, was sie erreichen möchte, ob sie das Selbstbewusstsein hat, die Stimme zu erheben, sich zu artikulieren und ihren Standpunkt zu formulieren. Und ob sie die Begabung hat, Netzwerke zu bilden und Mehrheiten zu organisieren. Zitat Und da würde ich behaupten, die 5 Kreisrätinnen haben das. Deshalb werden die Positionen, die diese 5 Frauen vertreten, sehr, sehr häufig dann auch zu Mehrheitspositionen. Die wissen, was sie wollen, sie argumentieren gut, sie organisieren in ihren Fraktionen die Mehrheiten, sie werben gut dafür und weil sie überzeugen, schließt sich dann die Mehrheit an. Meine Wahrnehmung ist, dass das, was diese 5 Frauen positionieren, zu 95% durchgeht. Also die haben eine irre Erfolgsquote. Zitat Ende Allerdings, davon ist Stefanie Bürkle überzeugt, eine allein würde wahrscheinlich wenig bewirken. Die Landrätin betont, dass die Notwendigkeit, sich zu vernetzen, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Sie selbst hatte bereits am Anfang ihrer politischen Karriere in der Jungen Union einen Arbeitskreis Frauen gegründet und geleitet. Die Frauen des Netzwerks formulierten ihre Themen, besetzten Positionen in den Parteiverbänden und kandidierten für Ämter, um ihre Inhalte umsetzen zu können. Zitat Wir waren nie allein. Wir haben immer geschaut, dass wir als Netzwerk unterwegs sind. Das ist der Schlüssel. Zitat Ende Die Frage, ob Politikerinnen heute noch auf spezifische Frauenthemen wie Soziales, Bildung oder Gesundheit festgelegt sind, beantwortet Stefanie Bürkle mit einem klaren Nein. Zitat Und das ist gut so, betont die Landrätin. Frauen würden gut daran tun, sich beispielsweise um das Thema Finanzen zu kümmern. Denn, Zitat, bei Finanzen wird politischer Inhalt verbindlich. Was das Themenspektrum angeht, limitieren Frauen sich selbst nicht mehr und lassen sich auch nicht limitieren. Zitat, Und ich habe nicht den Eindruck, dass Männer sie in diese Schubladen stecken. Wenn über Inhalte diskutiert wird, dann ist, so die Einschätzung von Stefanie Bürkle, die Geschlechtszugehörigkeit heute nicht mehr relevant. Zitat, Es hat sich in meinen Augen bei beiden Geschlechtern komplett emanzipiert. Es ist ein Miteinander geworden. So muss es auch sein. Wichtig sei es, dass Parlamente einen breiten Mix an Geschlechtern, Berufen und Altersgruppen aufweisen, um verschiedene Perspektiven reinzubringen. Verändert hat sich in der Tendenz gegenüber der Situation von vor 20 oder 25 Jahren, so die Wahrnehmung der Landrätin, auch das Verhaltensmuster der Frauen. Damals waren Frauen in der Formulierung von Positionen und Inhalten zurückhaltender. Sie waren eher bereit, sich von einem Mann etwas sagen zu lassen und sich dann dieser Position anzuschließen. Sie handelten nicht aus Eigeninitiative, sondern aus einer dienenden oder flankierenden Haltung heraus. Dieses damals sehr verbreitete Muster hat sich zwar nicht bei allen Frauen, aber doch signifikant dahingehend verändert, dass Frauen heute eher bereit sind, Themen selbst zu setzen und dann schauen, wo sie bei beiden Geschlechtern ihre Unterstützer finden. Trotz dieser positiven Entwicklungen, die unterrepräsentiven unterrepräsentanz von Frauen in den Parlamenten auf allen Ebenen gehört auch 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts immer noch zum politischen Alltag. Die Ursachen Die Ursachen für die Unterrepräsentanz von Frauen sind vielschichtig. Zum einen sind sie strukturell bedingt, zum anderen haben sie aber auch etwas mit der Sozialisation, der Rollenzuschreibung durch das Umfeld, aber auch mit der Selbstwahrnehmung der Frauen zu tun. Auch heute noch ist die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung eine der Hauptgründe, warum politisches Engagement für Frauen schwieriger in ihre Lebenswelt zu integrieren ist als für Männer. Aufgrund der mehrfach Belastung durch Beruf, Haushalt, Kindererziehung und Familienarbeit verfügen viele Frauen über ein zu geringes Zeitbudget, um noch ein politisches Mandat ausüben zu können. Haben Frauen den Sprung in ein politisches Gremium geschafft, ist es häufig die politische Kultur im weitesten Sinne, die die Attraktivität kommunalpolitischer Arbeit aus Sicht der Frauen schmälert. So mahnen Frauen immer wieder mehr Effizienz in der Sitzungs- und Redekultur an und fordern die Abschaffung von Endlos-Diskussionen und monologartigen Vorträgen. Sitzungen bis in die Puppen, in denen alles von jedem mindestens einmal gesagt werden muss, Abendtermine, ritualisierte Abläufe, männliche Kollegen, die sich gerne als Experten aufspielen und Listenplatzhirsche, all das spricht Frauen nicht so an, berichtet auch Claudia Bauer aus ihrer langjährigen Erfahrung als Mängerner Gemeinderätin. Hindernisse, die es Frauen schwer machen, den Weg in die Politik zu finden, haben aber auch mit der Dialektik von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung zu tun. Die geschlechtsspezifischen Rollenbilder, mit denen Frauen sozialisiert werden, sehen eine politische Karriere für Frauen eher nicht vor, weshalb Frauen tendenziell ein geringeres Interesse an Politik als Männer haben und weniger Selbstvertrauen entwickeln, um von sich aus ein politisches Amt anzustreben. Umgekehrt wird ihnen auch von ihrem Umfeld weniger politisches Geschick und Durchsetzungskraft zugetraut. Diese Kompetenzen werden immer noch eher Männern zugeschrieben. Dass es auch anders gehen kann, darüber berichtet Stefanie Bürkle aus ihrer eigenen politischen Biografie. Die Bereitschaft Initiative zu ergreifen, selbst aktiv zu werden, seine Lebenswelt gestalten zu wollen, beginnt, nach Einschätzung der Landrätin, schon in der Kindheit, im Elternhaus. Zitat Die Wurzeln, dass ich ein politisch denkender und handelnder Mensch bin, liegen in meiner Familie begründet. Stefanie Bürkle wuchs in einer Atmosphäre auf, in der den Kindern viel Freiraum eingeräumt wurde. Mach mal selber war die Devise der Eltern. Eigenverantwortung und Selbstständigkeit, Dinge selbst ausprobieren, das war gefragt. Die Eltern hätten die Kinder wenig gesteuert und auch nicht ständig gefragt, ob sie auch alles richtig machen. Zitat Ich wäre sonst nie so selbstständig geworden, wie ich es heute bin, ist Stefanie Bürkle überzeugt. Die Bereitschaft zum politischen Engagement hat ihre Wurzeln oft schon im Kindes- und Jugendalter. Spätere Politikerinnen waren schon engagiert in der Schule, im Jugendzentrum oder in der Jugendorganisation einer Partei. Hier fanden Schlüsselerlebnisse statt, die das spätere politische Engagement befördert haben. Auch für Stefanie Bürkle erfolgte die Initialzündung für den Einstieg in die Politik aufgrund einer Erfahrung, die sie bereits mit neun oder zehn Jahren gemacht hatte. Damals hatten sie und ihre Clique auf der Suche nach einem geeigneten Platz zum Rollschuhlaufen eine Unterschriftenaktion gestartet und die gesammelten Unterschriften dem amtierenden Oberbürgermeister überreicht. Die Initiative der Kinder hatte Erfolg. Ein Spielplatz nicht nur zum Rollschuhlaufen, sondern als Treffpunkt für Kinder und Jugendliche wurde angelegt. Für die heutige Landrätin war diese Erfahrung prägend. Zitat Da ist was draus geworden. Es hat Spaß gemacht und man hat etwas erreicht. Du bist nicht ausgeliefert, nicht andere tun etwas für dich, du kannst selber etwas tun, um dein Umfeld zu gestalten. Das hat mich nie mehr losgelassen. Zitat Ende. Es war ein langer Weg von den ersten Gemeinderätinnen Fanny Fritz, Marie Fischer und Fanny Huber bis zur Landrätin Stephanie Bürkle. Ein Weg, auf dem es langsam, zögerlich und mühsam voranging. Ein Weg, der je und brutal unterbrochen wurde durch den Zivilisationsbruch und die Unrechtsherrschaft der Nationalsozialisten. Ein Weg, auf dem viele Jahrzehnte Stillstand herrschte, als nur einzelne Frauen als Ausnahmeerscheinungen in der Politik präsent waren. Doch mit dem politischen und gesellschaftlichen Aufbruch der 1960er Jahre, der eine generelle Liberalisierung, Demokratisierung und Emanzipierung in Politik und Gesellschaft, aber auch im Denken, in der Lebenswelt und Alltagskultur nach sich zog, kam in den 1980er Jahren der Frauenaufbruch. unaufhaltsam, dauerhaft und nachhaltig. Eine Entwicklung, die sich auf breiter Basis vollzog und die unumkehrbar ist. Denn auch wenn Frauen nach wie vor in den Parlamenten unterrepräsentiert und zahlenmäßig in der Minderheit sind, aus der Politik sind sie nicht mehr wegzudenken. Doch gilt es wachsam zu bleiben. Die Unterrepräsentanz und der nach wie vor nicht verwirklichte Anspruch auf Gleichstellung von Frauen nicht nur in der Politik, sondern auch in der Arbeitswelt und anderen Lebensbereichen bleibt eine Herausforderung. Zwar ist die Problematik hinlänglich bekannt und wird ständig zu Recht beklagt, doch haben alle Bemühungen, Maßnahmen und Strategien bisher nicht zum angestrebten Ziel geführt. Weniger bewusst und im öffentlichen Diskurs weniger präsent ist jedoch auch noch eine andere Gefahr, nämlich die vor allem bei jüngeren Frauen zu beobachtende Tendenz, das in den letzten Jahrzehnten von der Frauenbewegung erkämpfte und erreichte, als selbstverständlich hinzunehmen oder gar zur Disposition zu stellen. Die Bereitschaft angesichts von Engpässen auf dem Arbeitsmarkt und einer immer unübersichtlicheren, sich immer schneller verändernden Lebenswelt, alte Rollenbilder in Familie und Partnerschaft wiederzubeleben und sich auf den häuslichen Bereich zurückzuziehen, wächst. Die Gefahr eines Rückfalls in überwunden geglaubte Geschlechterrollen ist real. Hier sind Frauen, vor allem junge Frauen gefordert, sich die eine oder andere Pionierin oder auch eine zeitgenössische politische Akteurin zum Vorbild zu nehmen. Denn Demokratie lebt vom Mitmachen, nicht vom Zuschauen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Doris Astrid Mut, für diesen hochinteressanten Vortrag über den Frauenaufbruch in der Kommunalpolitik, der, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Phänomen der letzten drei bis vier Jahrzehnte ist und denke ich, immer noch im Werden und in der Entwicklung sich befindet. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für diesen Beitrag in unserer Reihe kulturelle Seelsorge in Corona-Zeiten. Ich darf auf unsere nächste Veranstaltung bereits hinweisen. Wir setzen die Reihe fort am 22. Dezember um 19 Uhr mit einem Beitrag des Beuroner Benediktiners und Eremiten oder Jakobus Kafanke, der sich dem Thema die apokalyptischen Reiter, die Corona-Pandemie aus christlicher Sicht widmet. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder auch mit diesem Thema Ihre Aufmerksamkeit finden können und dass Sie uns besuchen auf unserer Internet-Homepage auf der Startseite des Internet-Auftrittes des Landkreises Sigmaring. Auf Wiedersehen. Bis bald, hoffe ich.